Die Saisalm ist die größte und wohl schönste Hochalm Europas. Mit einer Ausdöhnung von ca. 60 Hektar umfasst sie hier den Lang- und den Plattkofel, das größte versteinerte Korallenriff der Dolomiten. Eine besonders lohnenswerte und empfehlenswerte Tour ist die Murundon dieser zwei Zwillingstürme und die dauert so ca. 5 bis 6 Stunden immer auf der gleichen Höhenlinie und man kann sie locker in einer Tagesetappe schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020